Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearch Aktienbildung und in diesem Video geht es um Ado Properties. Das war lange Zeit eine der am besten laufenden Immobilienaktien in Deutschland. Woran liegt es? Es ist ein Immobilien-Pureplay auf Berlin. Also alle Immobilien dieser Gesellschaft befinden sich in Berlin und hier gab es natürlich traumhafte Wertsteigerungen. Es hat einen israelischen Hintergrund des Unternehmens, aber viele der Immobilien sind auch in sehr guten Lagen im Zentrum, also nicht irgendwelche Schrottimmobilien draußen, auch Altbau und solche Sachen und da konnten natürlich sehr, sehr hohe Steigerungen noch erzielt werden. Dadurch war Ado Properties auch eine ideale Alternative, dass man sich selber in Berlin eine Wohnung kauft, weil hier hat man sehr breit gestreut, ganz viele Wohnungen und muss sich um nichts kümmern. Inzwischen ist das Unternehmen auch sogar wenig verschuldet, was eigentlich dadurch sehr defensiv aufgestellt ist. Die Aktie war deswegen auch sehr, sehr teuer bewertet, kam aber dann massiv nach unten wegen zwei Sachen, vor allem den Mietpreisdeckel in Berlin. Da sollen ja Mietsteilung komplett eingefroren werden oder sogar zurückgegangen werden. Das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Vertragsfreiheit und lässt sich eigentlich auch nur durch die rot-rot-grüne Regierung klären, wobei es eigentlich gegen die deutsche Verfassung verstößt, weil wir haben Vertragsfreiheit und es der Staat plötzlich sagen kann, vor allem als Bundesland, das hat ja eigentlich auch jemand, der zum Beispiel in München lebt und 20 Wohnungen in Berlin hat, wird da von der Landesregierung massiv in seinen Eigentumsrechten eingeschränkt, wo eigentlich wahrscheinlich nicht die Mehrheit der Deutschen dahinter steht, das zu machen. Das Gesetz wurde auch von einer Bausenatorin auf den Weg gebracht, die in der SED war, zehn Jahre und eigentlich das da weiter umsetzt. Das ist eigentlich schon ein Skandal, vor allem, dass da noch nicht mehr so ein großer Aufschrei passiert, weil sich natürlich alle über dann niedrige Mietpreise freuen. Ist aber, glaube ich, sehr, sehr gefährlich und ich finde es auch bedenklich, dass hier eigentlich eine Partei, die Leute an der Grenze noch vor 30 Jahren umgebracht hat, hier eine deutsche Politik in dem Maße bestimmen kann. Aber jetzt zu einer Properties. Dadurch hat die Achse sich fast halbiert und dazu will sie natürlich unabhängiger von Berlin werden und auch die Adler Real Estate übernehmen, die davor versucht hat, die Adler Properties zu übernehmen und auch die Consos Real Estate. Consos ist inzwischen der nach eigenen Angaben führen Immobilienentwickler. Die haben natürlich jetzt eigentlich, wenn die Immobilienpreise gestiegen sind, eigentlich gute Zukunftsaussichten, ist natürlich zyklisch, aber die Immobilienentwicklung startet immer ein bisschen Zeit verzögert und bis dann die Immobilien auf den Markt kommen. Aber da kann man immer noch gute Renditen erzielen. Adler ist eigentlich eine der unterbewertesten Immobilienaktien, weil viele so ein bisschen dem Management, glaube ich, nicht vertraut haben. Sie haben auch, glaube ich, viele Mistimmobilien. Trotzdem liegt da natürlich eine Chance, wenn diese drei Firmen zusammenkommen, einen wirklich führenden deutschen Immobilienkonzern zu bilden. Die Adler Up Properties Aktie kam da nochmal unter die Räder, da sie einen relativ hohen Aufpreis zum Beispiel für die Consos erzählt. Aber gehen wir mal in die Präsentation. Ja, der Chef ist Ran Laufer, der, wie gesagt, die Gruppe wird von der Adler Group kontrolliert, die in Israel sitzt. Dass sie 22.000 Wohnungen in Berlin noch haben. Sie haben einige jetzt verkauft an das Land Berlin, eigentlich für einen sehr, sehr guten Preis von fast einer Milliarde. Und dadurch haben sie halt auch wieder das Geld, um zum Beispiel Adler zu übernehmen. Und was auch interessant ist, es gibt den sogenannten Ebra-NAV. Also was ist das, der eigentliche Wert der Immobilien? Und der liegt bei der Aktie bei 62 Euro. Und der aktuelle Aktienkurs von Adoproperty, wir sehen es hier, ist bei 31 Euro. Also fast die Hälfte. Und dieser Fair Value, also die privatisieren auch Wohnungen. Das heißt, dass sie Immobilien aus dem Bestand an Privatpersonen verkaufen. Und diese Verkaufserlöse, die sie da erzielen, sind sogar noch höher als der sogenannte Fair Value, den sie hier haben. Und was auch hier stark ist, dass der Loan-to-Value inzwischen sehr, sehr niedrig ist von 21 Prozent. Eine Privatperson würde heutzutage wahrscheinlich keine Immobilie mit 21 Prozent Kredit kaufen, sondern eher 80 Prozent. Also die Aktie ist deutlich defensiver. Und wir sehen auch hier, dass sehr, sehr viel Altbau dabei ist und auch sehr viele Sachen noch für 6 Euro oder so vermietet werden, was eigentlich von dem Mietdeckel dann nur bedingt auch betroffen ist. Wir sehen, dass auch sehr viel von dem Fair Value in zentral ist. Und das hier sind die Sachen, die verkauft worden sind. Aber von dem Rest ist jetzt fast 40 Prozent in zentralen Lokationen. Und wir sehen hier die Mietpreissteigerung. Das ist natürlich schon viel. 5 Prozent. Oft ist es so, was hier dieses Strafe finde ich wirklich sehr interessant. Also die aktuelle Miete im Schnitt ist 7,50 Euro. Aber wenn sie es neu vermieten, kriegen sie 13 Euro. Das wäre natürlich über den Mietpreisdeckel. Das fällt dann weg. Allerdings, das ist so ein bisschen die These, ob dieser wirklich Gesetz wird und ob das alles so durchkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach aktuell im Kurs eher drin, dass es schon Gesetz ist. Aber es kann einfach auch noch viel passieren, dass das nicht so kommt oder nur in einer deutlich abgeschwächten Form. Dazu hat man natürlich noch die Fantasie, dass es zusammen mit Adler und Consus, dass diese drei Unternehmen zusammen ihre Finanzierungskosten senken. Weil das war das Problem bisher bei Consus Real Estate. Wenn die Firma größer ist und sicherer und wir sehen, Adler Property ist ja sehr defensiv, dann könnte das schon Werte heben und wäre dann auch wieder für große, institutionelle Investoren interessant, die dann zum Beispiel eine Alternative zu Vonovia hätten. Hier sehen wir nochmal den Chef, den Rahn Laufer. Was ist das jetzt mit dem fairen KGV? Bei Immobilienfirmen kann man nicht das KGV anwenden, da in der Buchhaltung, wenn eine Immobilie plötzlich 10% mehr wert ist, wird es als Gewinn verbucht und dadurch wird es massiv verzerrt. Ich finde, die beste Kennzahl ist dafür die Adjusted Funds from Operation. Wenn man privater Vermieter wäre, da werden dann die Mieteinnahmen, werden die Zinsen abgezogen, aber auch die Instandshaltungskosten. Und dann komme ich eigentlich zu meinem eigentlichen Gewinn, wie es glaube ich auch von anderen Firmen so sehen würde. Und die Regulierung dient natürlich massiv nach unten wegen dem massiven Eingriff des Berliner Landes. Trotzdem ist das Geschäftsmodell ja eigentlich sehr stabil. Denn anders als bei Firmen, meine Wohnungen werden eigentlich normal für Berlin immer vermietet. Oder wenn ich mal zwei, drei Prozent Leerstand habe, bringt mich das nicht um. Und auch das Wachstum kommt massiv zulegen. Die Bilanz ist sehr stark. Margen sind natürlich bei der Vermietung hoch. Ich halte das Management auch für gut, zumindest von der Adoproperties. Es gibt natürlich Wettbewerb, aber der Markt ist groß und wächst auch immer noch. Berlin hat weiterhin Zuzug. Und auch wenn wir uns vielleicht irgendwann sehen, dass es vielleicht eine Mobilienblase war, kann es auch noch ein paar Jahre in Deutschland so weitergehen, solange die Zinsen so niedrig bleiben oder zumindest auf hohem Niveau dann verharren. Aber das weiß keiner. Insgesamt gibt es dann eine 8,0, was ein faires KGV oder faires FFO von 20 wäre. Allerdings natürlich würde es jetzt für diese ganzen Übernahmen kommen. Kommt dann zu vielen Veränderungen. Deswegen musste man das sich natürlich dann auch erst noch abwarten. Es werden nicht alle mögen. Aber wir sehen hier ungefähr sollten Sie auf 60 Millionen AFFO kommen. Und da werden Sie dann mit den 1,3 Milliarden um den Dreh jetzt fair bewertet vom AFFO. Allerdings haben Sie natürlich gute Substanzwerte. Und ich meine, eine Immobilie in Berlin zahlt man auf das 30-, 35-fachen Faktor, wenn man es zum 20-fachen oder 22-fachen Faktor bekommt über die Börse, ist es natürlich auch eine Alternative, da ich natürlich auch mal ein paar 1.000 Euro oder so ein paar 100 Euro investieren kann. Das ist also meine Meinung zur Art of Properties. Ist gerade einfach sehr, sehr kompliziert mit den Übernahmen. Trotzdem glaube ich, dass hier eine Chance besteht, dass es hier zu einer Überreaktion kam vom Markt. Wir sehen jetzt auch hier vom Chart, wie massiv das runtergegangen ist. Bei 30 Euro, glaube ich, ist es eine ganz gute Unterstützung. Da ist es schon mal abgeprallt und hier zuletzt wieder. Deswegen habe ich es auch in das Wikifolio Nebenwerte Europa aufgenommen. Da gibt es jetzt eine erste Position von Adap Properties. Sehen wir hier. Plus sie wurde auch ins Nebenwerte-Echtgelddepot gekauft. Über diese Updates erfährst du immer über die Finanzpost. Das ist meine Finanznewsletter. Kannst du am besten über InvestorSearch.net abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist eure Meinung zu Adap Properties? Wenn ihr da Insights habt, gerne melden.